Ich kann diese Magnete jetzt mit einem großen Magneten versuchen zu sortieren. Die meisten sind zumindest schön ausgerichtet oder ich kann sie wieder durcheinander bringen. Das funktioniert auch mit einem Eisen, da sehe ich die Einzelmagnete nicht, aber die sind hier drin. Also die ist eine Stricknadel und die ist jetzt sehr schwach magnetisch. Da kann ich den nicht hochheben, so ein bisschen. Und jetzt streiche ich. Ich nehme den hier so die Magneten und streiche und streiche so ein paar Mal. Und damit sortiere ich die Elimitärmagneten, so und jetzt möchte ich das Ding heben. Und ich kann es auch wieder durcheinander bringen, dann muss man hier kräftig schlagen und je länger man schlägt, umso schwächer wird der Magnet wieder.